Hallo Leute, ich bin Sven, Wanderschäfer vom Beruf und mit meinen Mädels das ganze Jahr unterwegs. Ich bin neu auf YouTube, war bis jetzt auf Facebook und Twitter unterwegs. Ich werde jetzt hier regelmäßig Videos veröffentlichen und erklären, wie das ist mit den Schafen, wie es ist Wanderschäfer zu sein, ein bisschen was zu den Schafen erzählen, regelmäßig V-Logs veröffentlichen, wie es einem auch privat mit der ganzen Geschichte geht, wie mein Leben so abläuft. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr den Kanal bekannt macht. Bis jetzt sind es glaube ich 80 Abonnenten. Genau, macht uns bekannt und wir sehen, das nächste Video gibt es schon bald. Ich werde einen V-Log machen und dann gucken wir mal, wie die ganze Sache hier läuft. Ciao!